Ja, hallo, meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen zurück. Weiter geht's. Ja, hallo, meine lieben Zuschauer. Wir haben niemals gewonnen, wir haben niemals gewonnen, Möchel. Wir haben niemals gewonnen. Wir haben niemals gewonnen, manche sind. Wir haben niemals gewonnen. Wir haben niemals gewonnen, nur dadurch, die wir in diesem Video kommen. Wir haben nur eine zweite Idee und eine Sache. Und das war die Funk. Der gesamte Falk und nichts, aber der Falk. Also hilf mir, Falk, Baby. Komm, fang mit mir. Alter! High-speed-Kun-Battle auf einer Los Santos-Freiweg. Die Chinesischen kommen jetzt in die Tauern und illegalen Drogen, auch. Epsilonismus ist immer noch groß und immer noch populär mit Indra. Ach, fuck, jetzt hab ich auf die Karte geguckt und knall natürlich genau irgendwo rein. Naja, wir sind das erste Mal nicht letzter. Alter, ernsthaft? Ach, ich bin's natürlich letzt... Och, scheiße! Ah, man, das brauch ich noch mal. Ah, kann ich nicht. Man, wegen diesem Arsch! Was ist alles? Was scheitert denn so rum wie ein Mädchen? Falk, ich bin falsch gefahren! Och, Mann! Es nervt mich! Alles von Charlatanismus und Fraude zu Slavery und Prostitution weiterentwickelt an einem promotionalen Event in der Epsilon Center. Nein! Geht einmal weg! Na komm schon, wir müssen zwar zwei Runden fahren. Fuck! Nein! Schön vorbei. Nein! Wir reden gerade im Radio über die Geschichte mit dem Paparazzi. So, geh weg mit deinem hässlichen Auto. Oh komm! Ah, passiert doch gleich bestimmt irgendeine Scheiße. Und da verfahre ich mich, oder ich überschlag mich, oder irgendwas passiert doch gleich wieder. Ah, ich fahre bei mir zu Hause vorbei. Da ist es hier! Und ein Auto, und ein Auto, und ein Auto, und ein Auto! Jawoll! Jaaaay! Harte Arbeit! Schnellste Runde! Zu kurz gekommen? Unfallfreies Rennen, naja. Weiter! Nice! Bambambam! Guck! 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 Bambambam! Gut, das war schon mal. Dann können wir nämlich gleich nochmal nach Hause fahren. Guck! 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 Guck glännen, da läuft immer irgendwo ein Rennen. Wenn du Interesse hast, fahr zu einem Treffpunkt, hau. Guck glännen, cuck glännen, happen! Guck glännen, dazut Special. Guck glännen, Ultimately zu Figureien und Feu本land geht es hier. So warte, Kompetenheit geht es schnell um von uns zu fielen. Ich habe keine Ahnung, wie du gehst. Natürlich gehst du. Ich bin eine Frau. Das ist nicht die Wahrheit. Aber Frau... Ich habe alles getan, was ich kann. Aber du weißt, wie die Mädchen sind? Warte mal. Oh, Frau. Wie viel weiter? Wir haben noch noch fünf Meter. Ich weiß, ich habe nur gefragt. Das ist spirit-walking, der Körper und der Seele. Wir sind Frauen und wir sind frei. Wir sind Frauen. 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 Verdammt. F, ist das deine äntin? Ja, danke Gott, ich vermiss habe sie verrückt. Sie ist spirit-walking und shit, man. Das ist nur ihre Attentation. Hey, hey, nicht zu sprechen über deine äntin, man. Ich meine, sie cool als ein motherfucker, man. Komm. Komm, woher? Wir müssen zu holen und zu sprechen, man. Wir können zusammen und zu sprechen, mein Mann. Warum? Wir dürfen nicht mehr fahren. Wir müssen mit dem Schrauben mit dem Schrauben fahren. Du musst mit deinem fatten Blumen. Okay, du tall, lindy-lindy-lindy-lindy-lindy-lindy. Komm, wir haben nicht alle Zeit. Wir haben alles. Wir müssen doch mal. Aber was hast du denn? Kidnappier, fool. Der Clown D. Der OG fool von Ballers. Dich, ich habe gesagt, nicht mehr Gamebank und Retrovengeist-lindy-lindy-lindy-lindy-lindy-lindy-lindy. Ich versuche etwas zu machen. Was bist du denn für eine coole Sau? Komm her! Oh Mann, großartig. Meine Frau wird sehr glücklich, Mann. Sie will mich trotzdem tot, damit sie das Haus rauskommt. Ich habe gesagt, du zuhörst, über deine Mutter zu sprechen. Das ist meine Frau. Ich bin nur mit dir. Ich bin nur mit dir. Ich bin nur mit dir. Du stehst. Ja, wer auch sonst. Ich habe gerade erst ein Autorennen gehabt. Ich bin nur mit dir. 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 Mann, mach das, Mann. Du hast es gesehen, Tanisha? Sie ist straight. Es ist mir und dich nicht straight, Mann. Mann, ich weiß, Mann. Aber ich habe diesen Kontakt, dieser White-Dude. Real-series-Dude, Mann. Dieser Mann weiß die Straße, Mann. Ich weiß, er wird gut für uns. Wir brauchen keinen Hock-Up-Full. Ich weiß diese Straße. Du? Nein, diese Straße. Mann, all du wissen ist, Dine-Bag-Hustling, Kreditkarte-Stealing. Boosting Gas-Takers, Mann. Komm mal, Mann. Wann, du versuchen, zu sein, ein fucking Commodity-Trader oder was? Mann, das schluss ging. Mann, Mann. 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 Mann, 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 Mann. Ich bin in Kuliakán. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shit the hell up, bitch. Fuck you, nigga! Man, fuck y'all! Hey, ain't that law against you, Mark-ass, Gase's insignia, mad-swearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something? Oh, shit! Fuck you, nigga! Fuck y'all, bitch! Come on, get that nigga! Come on, let's go! In a van, we gotta go! Und schon wieder ne Verfassungssart. Ja, klar. Mit nem, äh... Transport an ne Sportmaschine jagen. Ja, ja, gut. Man, if he gone, cause you ain't in the zone with that special driving shit you do, I'm gonna be real upset, homie. Hey, why we choose this mark, homie? I don't know. It's an opportunity. Why not? Man, I don't know. We just chasing a bit? I thought it might have been for a reason. I don't know how to make this reason. Next time we're going after the motherfucker in the car, right? All these punk-ass-butts. If we snatchin' this dude, we snatchin' his ass right. Remember the homies around the block? Man, the homies are playing. Yeah, so we not. Cops on their cell phone as soon as they made the ransom call. Triangulated the signal. Ghetto birds all over the place. Surveillance, my nigga. Unh... Unh... I'm smells good. Look at the ciao! His sky is arrived! He has free off his publicist this time. So let me go... Hey, how the fuck you end up with your dumb ass home, man? And how the fuck it out? Ace kick this. Ace kick this. At least I'm getting the work out. Ah, come on. Oh, seriously? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. So, how do I get here? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Was dummes. Ich habe vier Ecke drückt, nur der ist nicht darüber gestiegen. Jesus. Oh no. Hey, sag mal. Ist der bescheuert? Oh no. Oh no. Oh no. Ach so, ich hätte auch da rumlaufen können. Super. Oh no. Oh no. Okay. Okay. Good. Oh no. Oh no. Okay. 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 Komm schon. Bist du da drin? Nee, ist er nicht. Nee, da ist er auch nicht. Komm schon. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Such. 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 Ist er da drin? Achso, Chuck. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Da ist er. Schoppy Deer. Das, schınki. Schöne. Schöne. Ey, Mann, komm hier! Oh, verdammt! Was ist das, Mann? Ich habe keine Bedeutung mit dem CGF. Weil vielleicht machen wir unsere eigene Dinge. Was ist das, Mann? Ey, Lamar und Davies, ist das du, N***a? N***a, schluss die Bedeutung, komm hier! Ja, das ist du, N***a! Verdammt, verdammt! Ich dachte, ich hatte keine Bedeutung, Mann! Hey, Mann, was ist das, Mann? Komm, 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 komm! Wir werden das, Mann, in meinem Spot. Dr. Trey! Wir gehen zurück zu deinem Krim? Ich war da, wenn du in Diefers warst. Shut up, Mann! Du nicht mich nicht kennen. Ich wusste, du warst, bevor du das Flag aufgenommen hast. Du hast immer dumm, Lamar. Wirklich? Ich denke, das bedeutet, wir werden müssen deine Bedeutung wenn wir unsere 40 Stacks verletzen. Du nicht verletzen, Mann! Fass wird auf dich, bevor du nicht mehr verletzt, n***a! Be quiet, ich muss eine Behandlung machen. Wir haben dich, Mann! Du bist auf den Telefon, du dumm, M***a! Sie werden das Ganze verletzen, in einem Sekunden! Wir wollen 40,000. Wir kosten uns, oder wir kosten uns, M***a? Was du hast, du hast, du hast? Du hast, du hast, du hast, du hast, du hast. Du hast, du hast, M***a! Wir müssen uns, M***a! Wir machen 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 uns, M***a! Super geile... Entführer! I'll be seeing y'all soon! The only reason you've been seeing this shit cause we went easy on your ass! Remember that dog? Oh you owe me a bike too, motherfucker! This is bullshit! Take me down the cut! Was für ein Idiot, der Lama! You better watch out for the ballers! They're gonna be on you now! The cops gonna be on your ass too! Yeah, I ain't worried about it! I'm a motherfucking gangster, you know how I do! I can take care of my Sizzle! No the fuck you kids ain't! Bestandennn! No, my silver! Ahhhh Bop 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 Aber wir machen mal eine kurze Pause In der nächsten Folge Ist da wieder Trash? Tonja heißt die Mach mal das Gucken wir mal Paparazzi Und da haben wir wieder was mit Michael Gut, in der nächsten Folge fahren wir mal zu Michael hoch Da besorgen wir uns aber vorhin auch dieses Auto Ähm, gleich geht's weiter! Und da Und da Und da Und da